Scheiße, da muss man doch noch mal spielen. Drei Stoß-Tor. Vor dem Strafraum, oder? Vor dem Strafraum, vor dem Strafraum! Nein, nein, nein. Oh, Jochen. Alter Vater, ey. Es gibt Momente, da schäme ich mich für dich. Scheiße, Elfmeter! Was, 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 alle so bad? Was, 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 alle so bad? Was heißt, ich habe Drucker jetzt noch nicht, was die erste Halbzeit um... Ich sehe doch deine Spielstärke, da mache ich mir doch gar keine Illusion, dass ich das verlieren werde. Was? Was? Verschießt er jetzt wieder? Hazard schießt er. Ich gehe wieder links oben. Jetzt, diesmal rechts, diesmal rechts. Verschossen. Oh! Ein, wieso? Ich war doch da! Ein, ein, wieso? Ich war doch da! Oh nein! Hast du die Chance, bitte die Chance nochmal in der Wiederholung sehen. Hallo? Ich habe leider keinen Limiter drin. Jetzt der Schuss... Zack! Holt er den heraus. Mann! Jochen, schreie ich so. Das ist Emotion. Emotion? Oh Gott, jetzt stehe ich unter Druck. Ja, ich gewinne das noch Leute, ich lasse euch nicht im Stich. Nee! 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 Meine Güte, jetzt stehe ich aber unter Druck. Mensch, wenn hätte, das zählt beim Fußball nicht. Man sieht ganz eindeutig, wer kann und wer nicht. Nein! Mann! Letzte Chance! Mann, ist das so unfair!